Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf diesem Channel. Ja, gestern habe ich euch ja gezeigt, wie man einen Mod- und einen Plugin-kompatiblen Surfer gleichzeitig installieren kann. Allerdings ging das ja mit Coltrane und das wurde ja nach der 1.7.10 abgesetzt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das Ganze allerdings auch noch für die 1.8 hinbekommt. Jedoch sind davon Bucket-Plugins ausgeschlossen. So, das Ganze geht nämlich mit einem neuen Plugin-API-Sponge. Nachdem Bucket ja einen Rechtsstreit mit Mojang hatte, wurde ja Bucket mehr oder weniger abgesetzt und deswegen sind jetzt auch ein paar Bucket-Entwickler zu Sponge gekommen und haben eben diese neue API programmiert. So, das Ganze heißt, wir brauchen jetzt Sponge, das laden wir uns ganz einfach runter. Und dieser Link wird dann auch in der Videobeschreibung sein. Hier gehen wir einfach mal auf die neueste Version und drücken Main und laden somit Sponge runter. Das Ganze geht auch ohne einen Forge-Surfer, das heißt nur mit den Sponge-Plugins. Allerdings will ich euch ja zeigen, wie man Mods und Plugins gleichzeitig drauf bekommt. Das heißt, so viel wie wir laden uns noch Forge runter für die 1.8. Und dann lade ich mal gleich noch zu Beginn zwei Sachen runter und zwar einmal eine Mod und einmal ein Plugin. Hier ist das BWL-Worps-Plugin. Lade uns dann hier die Jar runter. Und dann habe ich hier als Mod noch WorldEdit drin. Das können wir uns dann auch ganz einfach runterladen. Hier sehen wir dann schon die diversen Sachen. Und als allererstes erstellen wir mal kurz einen neuen Ordner, den ich in meinem Fall Forge nenne. Dann machen wir hier einen Doppelblick auf Forge 1.8. Machen Install-Surfer und wählen dann den Pfad aus, den wir gerade eben ausgewählt hatten. Also hier in dem Forge-Ordner. Gehen wir erstmal in unseren Forge-Ordner und laden diese drei Dateien auf unseren Server hoch. Beziehungsweise wenn ihr ihn auf eurem Rechner habt, einfach in den Server-Ordner kopieren. So ist das Ganze fertig hochgeladen. Dann starten wir den Server einmal. Und zwar die minecraft-surfer.1.8.jar. So ist dieser hochgefahren und hat seine ganzen Sachen generiert. Können wir ihn auch direkt wieder stoppen. Als nächstes starten wir den Server mit der Forge-Datei hier. Also im Prinzip das gleiche wie gerade eben. Anstatt jetzt minecraft-surfer.1.8 zu starten, starten wir jetzt halt Forge 1.8. Dieser Schritt ist einmal notwendig, dass der Server seine ganzen Sachen generiert und Forge starten kann. So ist der Server hochgefahren. Können wir ihn auch erneut wieder stoppen. Und dann haben sich hier erneut weitere Dateien gebildet. Wie hier unter anderem auch dieser Mods-Ordner. In diesem Mods-Ordner ziehen wir dann die Sponge-Modifikation. Dann gleich noch die World-Edit-Mod. Und als letztes dann noch das Warp-Plugin. So und alles was wir jetzt noch machen müssen ist den Server neu zu starten. Und dann können wir auch gleich mit Minecraft connecten. Natürlich ist hierfür Voraussetzung, dass ihr Forge auch installiert habt. Und auch die World-Edit-Mod drauf habt. Habt ihr allerdings nur Mods auf dem Server, welche nicht Blöcke hinzufügen oder solche Sachen. Dann ist sowas auch nicht nötig. Wie man Forge installiert, können die auch in meinem vorherigen Video sehen. Ist Minecraft also fertig gestartet und der Server hochgefahren, können wir auch schon drauf joinen. Und wenn wir jetzt mal slash sponge version eingeben, sehen wir auch schon, dass die Sponge-Modifikation geladen ist. Jetzt können wir auch noch slash slash one zum Beispiel eingeben. Und sehen wir auch schon, World-Edit-Modifikation funktioniert. Das heißt, wir können jetzt auch ganz normal Sachen auswählen und World-Edit verwenden. So, als weiteres setze ich hier jetzt noch einen Warp, um das Plugin zu verwenden. Also slash Warp Set Test. Und wir sehen schon, der Warp Test wurde erfolgreich gesetzt. Und wenn ich jetzt mal woanders hingehe und slash Warp Test eingebe, dann werden wir hier in 5 Sekunden rüber teleportiert. Und da sind wir. Das heißt, ihr habt jetzt Plugins drauf und ihr habt Mods drauf. Beides funktioniert. So, falls euch das Video geholfen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.